Nils, wir bleiben hier auf dem Branding, das macht doch weh. Also mal in die Kamera gucken, nach rechts am Haus und die Hände hoch. Ja, so läuft das, so. So, beim nächsten Beat springen wir. Ja, wir haben den Barstuhl. Schönen guten Tag. Oh, ey, guck mal auf hier. Das ist, finde ich, ja, ein bisschen der Mitschie. Und pack da auch die Spiegel auf, bitte. 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 Und pack da auch die Spiegel auf. Vielen Dank.